20 auf ihrem Pflug, wir heute bauen nach Stockholm aneinander. Ja, tut uns leid, dass wir so spät dran sind, aber Montagburg in Frankfurt scheint es nicht die beste Zeit zu sein, fliegen zu gehen. Leider wussten wir vorhin schon 20, 30 Minuten warten, bis das Flugzeug hier an die Position geschleppt wurde. Das kam aus der Werft für ein paar Checks. Das hat länger gedauert wohl als geplant und dann hatten wir hier Probleme mit der Beladung vom Catering. Getränke und so weiter. Uns fehlt jetzt noch einiges an Equipment und da müssen wir jetzt noch drauf warten. Da war ein Gast, dem geht es nicht so gut, der hat sich entschieden, das noch lieber später zu fliegen. Dem sein Gepäck muss jetzt noch gesucht und ausgeladen werden. Also Sie sehen, das ist nicht immer nur eine Sache, die hakt, sondern mehrere. Tut mir leid, wir müssen jetzt noch ein paar Minuten warten und dann geht es aber auch zügig los, aber pünktlich auf gar keinen Fall mehr. Wird deutlich später als geplant nachher, was ist trotzdem jetzt erstmal bequem und genießen Sie nachher die Zeit an Bord. Good morning, ladies and gentlemen, for flightless captain speaking. My name is Roland Nusserlander of Lufthansa Jet, and I'm at the entire crew, so a pleasure to welcome you this morning. On our LSI 321 on your service to Stockholm, Alanda. Sorry for being late already, there are multiple reasons this morning. The first reason is that the aircraft was late positioned here at that Bravo 10 gate, came from the maintenance hangar, and they had a lot of work today, tonight to do, these guys. And catering was not as we planned, so we are just waiting for the last items to get delivered from catering, this will take a couple of more minutes, and unfortunately one guest didn't feel very well, so he decided to stay here in Frankfurt. Unfortunately, he has a bag in the valley, so this bag has to be found and to be offloaded for security reasons. You see, there are multiple problems this morning, and I hope to leave this position here at around 10 to 15 minutes, and makes it lay off around 45 minutes later on. Make it so comfortable now, and enjoy the flight later on.